Kommen wir jetzt zum Morgen in die Rote, er war DWO-Weltleister, kommt aus Schwerin, aus dem Rockstar-Universum, Boxenburg, herzlich willkommen Jürgen Riemer! So aus Berlin-Jürgen Riemer! hein-dein-Kämpfe, 29 Siegler, von der EU-DUK, ein Unentschieden. In seiner Ecke zeigt Spielwerp, Miliano Cabrino und Rada. Aus Berlin, herzlich willkommen Jose Maria Gürgero! Die Rote Ecke ist 33 Jahre alt, 1.81, Posten, 79 und 9. Sog am Schwer, im Grunde letzten Dezember 1999. Seitdem kommt das Profi, 38 Kämpfe, 36 Siegler, 1921 Durchkopf. In seinem Enkel Hendrikau, Patrick Susser-Busch, Arthur Dizoya und sein Trainer Michael Tippen. Vielen Dank für den Klapperns von Peter Timo Harikos und der Wiemann und Freitag Michael Barth. Jürgen Augenhoch! Rekwahl Runde 1 Rekwahl Runde 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.